Geht den Anker aus und warte auf euch. Gebt ein Signal, wenn ihr Benzin habt. Ein Signal? Womit? Leuchtkugeln aus dem Waffensack. Waffentasche? Sag mir jetzt bloß nicht, wir hätten die Waffen vergessen. Die Tankstelle ist auf der anderen Seite. Holen wir Benzin, dann denken wir über Signal nach. Erzählt da einen, du? Ja, und hallo und herzlich willkommen. Das geht wieder weiter mit Left 4 Dead 2. Genau. Und die Kackmade ist auch wieder dabei. Er saffelt erstmal hier. Oh, hier, mein Ninja-Schwert. Aua. Geht mal runter. Welchen Baisy. Kriegt er immer wieder vom Kopf hier. Ja, und ich glaube, Kapitel 1, Multown. Oder ist es Multown? Keine Ahnung. Irgendwas. Keine Ahnung, irgendwas, ne? Au, 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 nein. Abhauen. Alles voll hier. Aber wer schießt denn da auf mich? Schießen nicht, aber... Zombie bestimmt. Aber hier ist auch Zombies los, hier oben auf dem Dach. Kaffee. Und ich mit Leuch. Aua. Der Molle mit Pillen. Der Molle mit Pillen. Und Molle mit. Und Molle nämlich mit. Was ist los hier? Horde? Rambo! Aaaaaah! Aaaaaah! Ich werde mich hier verstecken, ey. Scheiß Horde hier. Direkt am Anfang. Boomer! Rambo Boomer! Aaaaaah! Boone Heal Pack. Habt ihr noch einen Medik für mich übergelassen? Ja, hier liegen ja noch gelassen. Hier ist schon rot. Jetzt am Anfang, Mädel. Jetzt schon heilen, ne? Irgendwann auf dem Rückweg. Ich nehme mal Boomer-Beil mit hier. So. Waffe habe ich. Smoker-Rögel irgendwo. Ich brauche Deckung zum Fahrten. Was macht denn da hinten? Rambo macht der Maschleck alter. Wo ist er? Ich höre ihn noch. Smoky! 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 Wo bist du? Hier ist er. Oha, Rambo! Alter! Abhauen! Ach, ne? Guck mal raus, hier! Oh, kann nicht! Na ja! Oh, pass auf! No! 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 Heißt der? Jeepers, Creepers? Aua! Er schiebt mich an! Guck mir an! Er hat mich angeschossen, hier der Kack-Noob! Ich komme! Der andere hat mich rot geschossen, hier der Spacken! Hat mich rot geballert hier! Der Vollforst, der Coach, der neu reingekommen ist da! Na ja, dann helf ihn nicht! Die Tour so weggehst hier, du Kack-Ding, ey! Vielleicht mal ist ein vollen Noob wieder steh'n! Äh... Er denkt, er ist der Hammer hier und dabei ist er die letzte Flöte, ne? Die letzte Mann am eh ist er! Uma und Jockey! Und ne Horde! Oh, hier von hinten! Ja! Ich nehm Katana jetzt! Hilfe! Es kommt zu viele! Willst mich heilen! Den Noob mal hochhelfen hier! Danke! Ja, bitte! Ja, jetzt ist doch an Deckung gegangen, der Rambo hier! Ja, klar, ich bin rot! Hast du in mir dich schon verbraucht? Naja, bevor die die klauen, bevor wir hier Teamkill hier und alles hier... ...wiss man ja noch nicht, wie die sind... ...oh, der muss... Oh, der muss... Einmal uns Auto anschießen, bitte! Das ist mehr... ...mehr coole Horde! Meinst du? Wie, nein? Komm, schieß einer! Los, ich hab ne Molli! Näh... Das kannst du ja machen! Näh... Wie lange wollen wir jetzt noch hier rumstehen? Also, normalerweise müssen wir dann doch mal vorangehen hier! Sonst dauert das noch ewig! Char-char kommt! Geh schon mal nach oben hier! Was lacht ihr denn schon wieder? Weiß ich nicht! Hat irgendwas falsch genommen? Ja, da ist er doch! Da ist er! Ja, da war er! Lade nach! Ah... Lade! Lade nach! Ich bin in ein Häuschen hier drinne! Hey! Aua! Hau ab hier! Und weiter geht's! Mocha, hau ab! Noch was bei mir! Hey, ich will hier raus! Ich bin ein Zombie! Nein! Ein Zombie! die in der ecke doch die will mich Der hängt hier unten fest, weil der nicht hoch kann, hehehe Da kommen auch ne Horde, du Jo, umso länger wir warten, umso mehr kommen auch, ne? Ist ja logisch Mooooooonn, geh auf! Mann, heul die rum hier So Lampen aus, Lampen an Immer Strom verschwinden Nein, nicht mich Was macht denn die aufm Dach? Ihr könnt doch nicht klettern Seid dumm Können wir sicher brauchen Oh, Pipe Abhauen Aaaaaaah Nein, ihr wollt' mir nicht Komm ne Horde? Nö, Mini Horde Na ja Heavy genug Pipes, deswegen Reif ne Kotzbombe Ich glaube, ich hab mir was getan Nein, hast du nicht Das ist alte Einbildung bei dir Meinst du? Ja, immer Oh Immer die schlechten Gedanken hab' ich, ne? Hat er die Lava? Wollt ihr nicht Irgendwas Geht rein Lade nach Geht mal auf Ich renne bei Licht bei ihr Witch lang hier Einmal Denkst du es tot hier? Aber ich krieg die schon wieder ein Ah, die ist schon wieder da Tot und abgehauen Wir sind Waffen Ey, die Waffe nehm ich Den Kind nehm ich Kann ich mal entscheiden, was soll es nimm? Lade nach Alter, hast du gehört? Über die Blindfresse hier Das hat der hier gesagt Der hat mich angeschossen hat, ich muss mich heilen Ich spüre jeden einzelnen Knochen So, wann mach mal hier? Warum wirst du ein Type? Oh, dann ja toll Oh, dann ja toll Doch, auf dich Kannst du merken, wie du mich anschießt Oh 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 Ich renne mit ein Licht rum guck Hier guckt euch löscht was an Macht nichts Ja, ich hab' nicht erwischt nämlich habe die ganze nur pillen hier die tabletten sind seine hier ist laser bei mir haben willst du gehst denn hin die reise und zu jockey wo nein haben wir nicht du scheiße ab zurück tank ist böse manchmal licht aus hier hier ist auch die witch irgendwo ich gehe hoch auf dem dach oh ich bin runtergefallen ich glaube der ist down mit jockey und alles und tank ne der ist bei dir die roche hier die rambo-tosser die roche hier die rambo-tosser das war ich lieber ein bisschen zurück als wie ich bin auch mit geschossen eingriff daneben du kannst ja nicht liegen bleiben wir müssen noch ein paar zombies kill zombies kill weg einmal ein bisschen knacken legt euch hier rüber genau danke scheiße ich pack's nicht du packst immer du packst das ja klar echt jetzt nein ich bin noch schade schau mal hier da oh der hunter und mit irgendwie allen die roh die rohbombe die rohbombe die rohbombe du ja ja warte warte schercher ja auf mich die dreckssau da er ist gut er liegt neben mir ich hab doch auf jeder piste ich krieg dich hin aber wenn es nicht wieder ist aus ich habe mich hier oben ist der safe room ja hier auch pipe ich komm gleich wieder jetzt kommen rein wurde machst du eine voran der halle echt geht der voran zu bieten was kommt so traurig ja gut dann geht es weiter wir gucken uns mal eben noch die punkte an bevor ich hier pause machen ja ja pause weg damit da brauchen wir nicht die punkte die wollen wir doch sehen ja 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 ich glaube das war das andere punkte